Eine weitere Neuheit im Jahr 2020 sind Variform Badmöbel. Die Variform Keramiken haben wir bereits vor zwei Jahren auf den regionalen Messen vorgestellt und erweitern nun das ganze Sortiment um ein Badmöbelprogramm für die Aufsatzwaschtische. Drei verschiedene Möbelfronten bekommen Sie, Sie kennen die meisten bereits davon. Es geht einmal eine weiß hochglänzende Front, es gibt darüber hinaus Lava Matt und Nussbaum Hickory. Bedeutet für Sie, eine Kombination mit dem Smile Badmöbelprogramm ist durchaus möglich. Verschiedenste Varianten und Komponenten bilden auch hier das Fundament für eine sehr einfache und flexible Badmöbelplanung. Selbstverständlich sind auch alle Variform Badmöbel wieder bei uns am Lager sofort lieferbar. == Musik Komponenten